Legoland, man sagt, die Elben könnten auf 100 Schritt Entfernung mit dem Bogen jedes Ziel treffen, ist das wahr? Das ist wahr, Kleiner Hobbit. Siehst du den Baum da hinten, an dem Gundolf steht? Ja, pass mal auf, Kleiner Hobbit. Ey! Mann, Mann, Mann! Willst du, Kleiner Hobbit? Ich? Ja. So? Äh, ja. Ah! Entschuldigung.